Der Staatsstreich war einer der wichtigsten Wendepunkte, die uns schließlich alle in die Situation gebracht haben, die wir jetzt beobachten. Dieser Putsch wurde von den westlichen Ländern gefördert und unterstützt. Danach haben wir viele Jahre lang davor gewarnt, dass man mit den russischen Menschen nicht so umgehen darf, die ja ihr ganzes Leben lang auf dem Gebiet gelebt haben, das unter sowjetischer Herrschaft Teil des ukrainischen Staates geworden war. Dass dieses Gebiet, das seit Jahrhunderten von Russen erschlossen wurde, niemals in die NATO aufgenommen werden soll. Davor haben wir schon lange gewarnt. Aber der Westen, der die Neonazis großgezogen und ausgebildet hat, hat sie unverhohlen als Kriegsinstrument gegen die russische Föderation weiter unterstützt. Das die Gerechtigkeit auf unserer Seite steht, ist jedem klar, der versteht, was geschieht und was Gerechtigkeit bedeutet. Sie besteht in dem Recht eines jeden Menschen, so zu sein, wie er erzogen wurde. Die Verwendung des ukrainischen Neonazi-Regimes als Instrument zur Bekämpfung Russlands hat die Weltmehrheit, die Länder des globalen Südens, Afrika, Asien, Lateinamerika alarmiert. Denn alle von ihnen haben angefangen, sich die Frage zu stellen, auf wen Washington beim nächsten Mal seine Unzufriedenheit richten würde. Wer ihnen nicht gefallen könnte. Jeder könnte der Nächste sein. In diesem Sinne haben sie absolut recht. Die spezielle Militäroperation ist von globaler Bedeutung. Denn sie verteidigt die multipolare Weltordnung, in der alle Länder ausnahmslos gleichberechtigt sind. Ich möchte sie noch einmal an die UN-Karte erinnern. Sie besagt, dass die Vereinten Nationen auf der souveränen Gleichheit der Staaten beruhen. Dieses Prinzip wird weder von den USA noch von ihren Satelliten in irgendeiner Situation respektiert oder eingehalten. Es liegt im Interesse der Mehrheit der Weltbevölkerung, den derzeitigen Zustand zu beenden. In dem die Amerikaner von allen verlangen, nicht das Völkerrecht, sondern die regelbasierte Weltordnung zu respektieren. Und die Regeln definieren sie jedes Mal aufs Neue. Als sie beschlossen haben, die Provinz Kosovo von Serbien abzutrennen, verkündeten sie dessen Unabhängigkeit ohne jegliches Referendum. Sie sagten, dies sei die Verwirklichung des Rechts der Völker auf Selbstbestimmung. Als einige Jahre später, nach der Machtergreifung der Nazis in Kiew, die Bewohner der Krim ein Referendum abhielten und vor den Augen einer großen Zahl ausländischer Beobachter für die Wiedervereinigung mit Russland stimmten, verurteilten die Amerikaner diese Aktion und sagten, sie verletzte die territoriale Integrität. Die meisten meiner Gesprächspartner aus Afrika, Asien und Lateinamerika wissen, wovon wir sprechen. Die Vereinigten Staaten wollen allen beweisen, dass sie der Weltherrscher sind und dass niemand es wagen soll, ihnen zu widersprechen, egal was sie wollen. Deshalb sagen die Vereinigten Staaten auch, es gehe darum, Russland eine strategische Niederlage auf dem Schlachtfeld zuzufügen. Sie sehen in der jetzigen Situation eine existenzielle Bedrohung für sich selbst, eine Bedrohung für ihre Hegemonie. Wenn sich die Wahrheit durchsetzt, und das wird sie mit Sicherheit, werden sie die Situation als ihre Niederlage betrachten. Als Verlust von Ansehen, Glaubwürdigkeit und bei vielen auch der Verlust der Angst, die sie vor ihnen haben. Er hat das nicht gewusst, wie sie vor ihnen gebeten sind, wie sie verletzten, wie sie verletzten, wie sie vor ihnen verletzten.